So, weil gerade alle acht Welpen beieinander sind, machen wir doch mal unser erstes Filmchen vom A-Wurf der Großpudelhündin Big Jayans Berenice, genannt Berry. Und da schlägt die Berry gerade links ab. Herr Weiß wird hübsch gemacht und massiert, Fräulein Rosa ist dabei, Herr Rot und Frau Dunkelgrün, unsere kräftigste aus dem Wurf. Und wer ist denn da noch unter dem Beinchen, Perry? Mhm, Herr Grün, Herr Blau. Wo fehlt da noch jemand? Wir zählen mal wieder grün, blau, dunkelgrün-rot, rosa-weiß-gelb. Und dann kann doch da unten nur noch der Herr Orange sein. Guck. Ja, das ist Herr Orange. Der liegt immer gern da ganz unten drin. Das gefällt ihm anscheinend. Ja, Perry. Sag tschüss für heute. Tschüss.